Ööö. 121 hat sich gerade schon erledigt. Hehe. Ja, machen wir den Rest so unten in Miami. Also ich gebe dir ja recht. Mit Rallye wäre das Fluchttest einfacher, wenn man verkehrt. Ich muss das jetzt nochmal so schön wiederholen, weil es ist zwar wirklich eigentlich scheiße einfach. Aber hey, drauf geschissen. Dadurch, dass über 500 sind, kann man sich auch mal ein paar Leichte geben. Ja, voraus ist es natürlich erspeichert, nicht dass es nicht so verpackt ist. Dann schmeiße ich das Spiel wie ein Frischspiel aus dem Fenster. Das war nämlich mal eine ganze Zeit lang ein bekannter Bug. Dass der hier dann musste so einen Test machen, raus aus dem Spiel, rein ins Spiel und so weiter. Alter, der hat ja immer nur einen einzigen gespeichert. Nicht schön. Nope. Okay, hier ist Rally wahrscheinlich besser. Wo ist mein Buggy? Da ist mein Buggy. Okay, hier ist mein Buggy. Okay, hier ist dein Buggy. Aber bei mir gerade auch die ganze Farbe mal wieder. Langsam, 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 langsam. Ja, ich hasse schon mal jetzt die Sehenswürdigkeiten, das weiß ich jetzt schon. Ich fordere mich dann einfach zu den hin. Ja, schon klar. Ich bin mal hier auch, aber ist trotzdem nervig. Weil da muss ja so an sich nichts mehr machen, ne? Außer nur hin parten, x drücken, weg drücken, weiter porten. Boah. Ist doch schön chillig. Bam. Jetzt sind wir wieder mein Fort. Egal. Ach so, jetzt habe ich ja wieder keinen Nitro. Oh. Auspuff, Platinteil, oh. Söööö ööö ganz zum schluss hier scheint noch zu gehen scheint noch zu gehen ich bekomme ja auch noch hier die nachricht verdiene so und so viel sachen also ich bekomme sogar viel jubi so dann ja dann passt es ich habe halt keine polizei aber das mache ich eben nicht wieder mit einem schlag war hi wort der fack hier sind autos zwei stück waren da und nein habe ich jetzt wieder kann scheiße total schaden warum kommen zwei autos oder zwei schaden kann ja nicht nur das also ich hatte jetzt drei autos sogar aber ich fahre gerade weiter doch ich bekomme langsam wieder autos scheiße ha plus zwei ausstattet ja aber auch vor mir dann wieder nicht also ich glaube da hat bei mir einfach nur Probleme überhaupt die Autos zu laden ja aber ich habe erst welche im Weg gehabt wo du mir äh 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 vorbeigefahren bist du bist du bist ja das sind sie wegen mir ja weil ich habe jede menge also na jetzt brauchen wir wieder meinen Bucky aber da warten wir jetzt ein bisschen bis ich so ein klecks nitro habe klecks nitro ja der Bucky ist gut aber bis der aus der Pötte kommt uh platin differenzial so was ist das jetzt wieso ist das hier denn nur gold geht gar nicht total schaden ja klar und dann port ich mich zurück und hängen am baum fest ich gehe auch zurück ich gehe auch zurück porten und der portet sich aber genau wieder an dem baum die bescheuert ist das denn noch mal war so ein das ist noch nicht so ideal gewesen und sich gedacht haben so auch wenn du keine Autos hast dann kriegst du jetzt ein baum nein naja ich mache dir gerade eine frucht ist durch den wald also ein paar bäume habe ich schon ja genau in dem zeitpunkt habe ich gerade auch eine gekriegt platin steuergerät alter was denn jetzt los ich habe immerhin auspufft bekommt von einem bach ist elf plus drei so hat nun immer wieder ja ganz gut ganz gut ganz gut das ist noch mal ein paar die 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 Fuck. Zweimal Totalscheiden. Noob. Werden die 286 Tests. Hab ich doch schon. Wie hast du schon mal was? Ja klar. Geil. 286 ist doch nicht. Das ist die Hälfte. Ich weiß. Hab ich doch. Der Cheater wieder. Ich bin nur fleißig. Jetzt hab ich einen anderen Just Dance Aufkleber. Schon eine zweite. Geil. Ja ne? Ich bin dafür, du musst das Let's Playen. Nein. Garantiert. Motorhaube gewonnen. Geil. Geil. Hab ich schon ewig nicht mehr gehabt. Fahre 805 Kilometer in den Südstaaten. Okay. Ich geh steil auf die 300 zu den alles Gold und Platin. ist ja nicht so, dass dann trotzdem noch jede Menge fehlt. Jupp. Aber weiter geht's. Mit der schnellen Kachel. Ja, das geht aber echt. Ja, das hätte ja auch schlimmer sein können. Ja gut, die Präzision ist das halt. Ja, die würde ich ja bevorzugt eher nicht haben. Hä? Warum hat's jetzt von mir... Oh. Warum hat's jetzt von mir nicht mehr gezählt bei dem Fluch des... Ich bin mit meiner Kachel gefahren und hat nicht mehr gezählt. Fahne? Vielleicht schon lange vorbei? Ja, oder so? Nee. Nee? Nee, die Zeit ist ja noch gelaufen. Hm. Scheiß drauf. Mach es mir ganz einfach wieder buggy und ab durch den Wald. Ah, zu jaul und nur noch Felgen. De, 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 de. Die, de, 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 de. Juhu! Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich wusste gar nicht, dass ein Paggy so fliegen kann. Je nachdem, wie viel Karmadeln drüberprescht. Ah, war nicht viel. 150 oder so. Nicht viel. Kann ich den Kärz nicht am besten andersrum fahren? Geht mir nämlich tierisch auf dem Geist. Du, du, du. Ah, hier ist ein wunderschönes Fahrrad. Ah, hier ist ein wunderschönes Fahrrad. What the fuck? Das geht ja gerade aus. Das war jetzt zu wenig von mir. Ja, trotz total Schaden Platin. Nice. Total Schaden. Der macht schon sowas. Wie war das Feuer? Ja, nur zwei Autos und der macht nur drei Schaden. Ja, das habe ich gesagt, um dich ein bisschen aufzuheitern, dass du nicht denkst, hier, wie, wie, was für ein geiler Typ ich bin hier. Dass du mir geleidig wirst. Ja. So, die bin ich gar nicht, weil sie haben mich nur gesagt, zu Höhe. Und Aufkleber gewonnen. Geil. Ich habe schon mein Sticker-Album fast voll. Ja, oh mein. Ist das Schömer? Ja, das ist Schömer. Ja, das ist Schömer. Ja, also ist halt auch die sinnvollste Reinefolge, ne? Aus die Tests, dass halt ihr die Karren auf Maximum hast. Äh, ja. Dann PvP und danach die Mission dann auf Platin. Das heißt, dann hast du ja hundertprozentig eine Überkarte. Genau deswegen. Go, 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 go. Ich geh... Yo, Gold, Gold. Reicht mir, reicht mir. Boah. Boah, Mann, das... Das ist ja ein Schömer. Ah, nein. Ah, da oben rennst du. Okay. Jo. Ach, du machst einen Tempo-Test. Ja. Ich hätt' den mal abgebrochen, weil da ist nichts Sehenswürdigkeit. Ja, genau. Wenn ich da jetzt vorbeifahre, dann werde ich vermutlich auch den... die Strecke haben, dass ich mich dann hier dann abdrehen wieder importen kann. Bäm. Ja, ich will den nicht. Platin-Teil, Einspritzanlage. Ich hab' keinen Verkehr und du kriegst nur Platin-Teile, was soll denn das? Nicht nur. Jede Menge Felgen, so'n Scheiß krieg ich auch. Oh, polizei, polizei, polizei. Juhu. Oh, nein. Wer ist der Verdächtige? Kann ich ihm helfen? Juhu. Geh, du, du. Ähm. Ha, wie scheiße. Hä? Ich hab' ja jetzt polizeiverfolgung, aber ich hab' keine Autos gar nichts. Ich kann mich mal abbauen. Wie war's? Ich versuche jetzt einfach mal schnell zu... Ich hab' jetzt hier Bullen angelockt, weil ich hier auf einmal hier halt... ...überwachung hatte. So. Aber da ich weder ein Auto, noch sonst irgendwas habe... ...ich hab' nicht mal ein Radar. Also, ein Bullenradar oder sowas auf der Karte. Also, ich versuche gerade irgendwie blind links wegzufahren. Hm? Okay. Tja. Na dann. Mach'si dat. Ja, klappt nur irgendwie nicht so. Ich versuche, ich versuche dir gerade entgegenzufahren, weil du bist hier noch in der Nähe. Was? Dass du vielleicht die Cops ziehst. Ach so. Ja, Moment, ich will einen Tempotest. Naja. Weil sonst müsste ich jetzt echt neu laden und dann hätte ich wieder verkehren. Ja, wahrscheinlich ja. What what? Okay, irgendwie... Ich hab' nur noch zwei Sekunden, wo ich die Bullen brauche da. Ja, so. Ich bin der Polizei... Ich bin der Polizei gekommen. Wow. Geil. War auch sau schwer ohne Verfolgung. Nee, nee, nee. Ja. Ja. Boah, das ist dich aber auch zu den... äh, zu den ungelegensten Punkten hin. Warum? Bei mir warst du grad mitten in der Pampa. Nee. Ach, scheiße. Scheiße. Ja, sobald ich bei dir in der Nähe bin, habe ich Verkehr. Ja, wegen mir halt. Sobald du... Ja. Aber sobald du zu weit weg bist, verschwinden die Autos. Ich sehe sie vor mir noch und dann werden sie unsichtbar. Also, nach tiefschneidig Kontrolle, rauf bald aber. Äh, nein. Dann würde ich einen Anfall kriegen, das kannst du auch genießen. Ja, da hätte ich bei mir auch wieder sofort wieder Mediamarkt gekauft. Ah, ich glaube da würde mir ein bisschen Geld stehen für. Weil ist ja nicht unbedingt die billigste Anschaffung. Naja, mittlerweile geht's doch. Ey, portet dich nicht dahin, wo ich mich nicht hin porten kann. Warum? Das ist mies. Oh, ich will halt zu dem Tempotest hier oben, ne? Oh, was? Und jetzt wollte ich auch Spaß nochmal auf die Blitzreise machen. Und jetzt komme ich aus dem Infobildschirm nicht mehr raus von hier. Hörbauer, unterscheid ich auch erst mal kippe. Ich habe dich doch angeklickt und wollte Blitzreise machen. In dem Moment bist du aber nach oben geswitcht, weil du wahrscheinlich die nächste Blitzreise gemacht hast. So. Und da ist mein Cursor auf dir drauf gewesen und springt dir jetzt die ganze Zeit hinterher und ich kann nicht abpressen. Achso. Noi. Na dann, spülen wir euch da oben. Ja, nun richtig. Ich weiß. Aber ich mache mir erstmal gemütlich. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Hätte ich mal das rumalbern hier gelassen. Ja, weil sowas sollte man nicht drauf anlegen. So, machen wir die da mit den Arme noch fertig. Oh weh. Na ja, vielleicht habe ich jetzt das Glück und komplett wieder rein in den Verkehr. Oh, bin ich bescheuert. Weißt du, was ich hätte machen können? Ich habe doch keinen Verkehr und da gibt es doch hier die eine Mission, wo das Auto unbeschadet hinbringen soll. Achso, es geht auch mit. Also hier auch. Ja, aber das war natürlich stressfrei. Wenn es funktioniert, bei Missionen werden getrennt geladen. Also, was ich meine, das hat nichts mit durchfahren oder sowas zu tun. Ja, ja, ich weiß schon. Aber bei mir hat das zu funktioniert. Achso, na dann. Ich bin ja mal gespannt. Morgen ist ja Weihnachten, ob die wenigstens was gescheitzt entfernt sind. Kevin. Beide teilen drin. Kennen ich aber auch schon. Ja, okay. Eigentlich fühl ich mal ganz okay. Ich kenne die zwar auswendig, aber... Ja, ich auch. Ja, gut. Die sind aber auch dafür klasse. Ja. Das ist echt sowas hier. Den kann sich ja zwei Millionen mal angucken. Das war schon. Ich kenne den Griff. Also bevorzugleitze bei den Affen. Lass mich fragen, erst um 20.15 Uhr, ne? Ja. So sieben oder was? Ich glaube. Na, okay. Na gut. Ist natürlich besser wie nichts. also es gibt wesentlich schlechtes Programm komm okay ah Ideallinientest und was ist das ist für Gelände kann ich gleich nochmal starten ja da dreht es mich sobald ich um die erste Kurve gehe aber wo hast du jetzt wieder Verkehr ich weiß nicht ich bin gerade abseits sehe ich gleich aber erstmal versuche ich den Ideallinientest mit dem Buggy der ist zwar arsch langsam aber das ist ja nur ein 25er ja alter Falter der licht wie ein Brett hier auf dem Schotterhaufen da ja ich finde es ist ein Buggy geworden müsste es ja auch nicht auch machen weil das ist mir zu steif die Karre geht gar nicht naja auf jeden Fall Gold Platy pass ja Platy bin ich zu viel ich habe gewonnen ich möchte mich mal wieder ein Bronzeteil oder irgendwas damit ich mir damit es sich wieder mal lohnt ich bin mir hier ist nur Silber Präzisionsverfahren hm noch ein Präzisionsverspekt die Algen die Algen die Algen die Algen die Algen Felgen also langsam durfte ich alle haben äh nein ich habe keinen Verkehr doch 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 da kommt ein Auto ok 1 bis jetzt ja gut es kommt immer ganz auf an wo du rum fährst da so ich das jetzt auch noch hab doch die komplette Süden für dich haben äh quatsch nordost also ich bin hier in der Mondgegend eigentlich müssten da schon ein paar Autos sein aber nicht viel bis jetzt ja das eine da vorne kommt ein LKW toll na also endlich wills wieder normal wie soll das heißen ja ich spiele immer nochmal ich konnte ja nichts dafür dass ich auf einmal keinen Verkehr mehr hatte ich habe es ja nicht drauf angelegt drehe nicht hm ja hier ist was ist das da 123 nope ja machen wir selber mal und der ist fertig ja 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 da gibt es echt neue Dinger hier wo ich noch überhaupt gar nicht war Moin ne ja sie Bis zum nächsten Mal.